Josch macht sich voller Vorfreude auf den Weg nach Salzburg für eine Fahrradtour. Auf dem Weg zum Bahnhof erhält er eine Push-Benachrichtigung. Benachrichtigungen über geänderte Wagenreihungen, Gleiswechsel, Verspätungen oder Haltausfälle liefert ihm RIS Events. Die aktualisierten Informationen werden unmittelbar geliefert und der Abnehmer über die Veränderung benachrichtigt. So ermöglicht der Baustein einen effizienteren Betrieb des Abnehmersystems und eine Reduzierung von Kosten. Durch die Benachrichtigung weiß Josch, dass sich sein Abfahrtsgleis geändert hat. Er weiß genau, wo er hingehen muss. RIS Events ist ein Baustein der RIS API. Diese bietet eine Sammlung von aufeinander abgestimmten Services aus der Welt der Reisendeninformation und Reisebegleitung. RIS Events ist ein Baustein der RIS Vielen Dank.